Selber gefangen, selber gefangen und der Daukir hat ihn selber gepräpariert. Er war etwa 75 cm. 58 cm. Das ist ein kleiner Hecht, oder? Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Ich muss natürlich sagen, dass der Aschi auch mit uns gefischt hat. Das heisst, wir waren natürlich noch ganz kleine Gehlen, wo wir uns getroffen hätten. Dann hätten wir natürlich noch einmal den Gurben unterfischen können. Die Gurbenmündung, und der hatte auch noch Fische. Das wäre die Geschichte, oder? Aber dieser Hecht ist nicht aus der Gurben. Der ist aus der Aare. Die Hände sind aus der Aare. Der ist 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 aus der Aare. Albert Collins. Hany Hany. Hany Hany. Hany Hany. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.